Das ist der Dreh. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Und heute zeige ich euch, wie ihr bei 37 Grad Fortnite spielen könnt. Dafür braucht man... Mach kein Splash-Dreiweg. Hier dahinten DJ Rush, der hat... Wo ist der? Wo ist der? Man sieht ihn nicht, da ist er. Der hat gestern Auerbach von der Brücke gemacht und hat sich übelst abgelegt. Tu, wenn man es nicht kann, soll man es sein lassen. So, auf jeden Fall stelle ich gleich hier einen Tisch auf. Den Sitztag brauche ich gleich. Also diesen Schwimmring da meinte ich. Den brauche ich gleich. Und dann werde ich einfach in den Pool Fortnite zocken. Ich hole mir noch den Sonnenschirm da hinten. Aber als erstes muss ich jetzt die Playstation aufbauen. Und die ganzen anderen Sachen. Dann muss ich noch das mit dem PC verbinden, dass ihr das Gameplay auch seht. So Leute, wir haben jetzt alles aufgebaut. Setup ist da. Ich will jetzt kurz nach diesem Schwimmring hier. Da setze ich mich gleich rein. Da drin zocke ich. Charlie ist gerade auch noch gekommen. Der will auch auf seinem Kanal eine Runde Fortnite im Pool hochladen. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier steht einfach ein Ventilator. Oh, ist das hell. Überbelichtet sein Vater. So Leute, bevor ich jetzt anfange zu zocken, checkt auf jeden Fall mal meinen Gaming-Kanal. Habt ihr jetzt unten in der Beschreibung verlinkt. Und darunter ist Charlies Video verlinkt. Also checkt das auf jeden Fall auch ab. Ich zocke jetzt auf jeden Fall eine Runde. Mal sehen, wie weit wir kommen. Entweder kommen wir richtig weit. Und das Video geht lange. Oder ich komme nicht so weit. Dann geht das Video kurz. Wenn ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt, schreibt es mal jetzt schon unten in die Kommentare. Und immer ein Like da lassen. Und ein Like da lassen. Nein, nein, nein. Leute, das ist das gefühltste, hundertste Gameplay. Weil ich schlecht bin. Aber jetzt versuchen wir es hier. Let's Gameplay jetzt. Aus dem Pool hinaus. Vielleicht wollt ihr ja mal einen Livestream aus dem Pool sehen. Das wäre ja auch cool. Charlie bot dann hier nebenan seinen PC hin. Der kann dann schwimmen. Ich guck mal, ob das alles klappt. So, jetzt holen wir uns aber jetzt mal ein nice-hier-weight hin. Okay, hier ist nichts. Da oben liegt eine Brau. Schreck die E-Ber. Schreck die E-Ber. Das war doch ein Heller. Der kann nichts bauen. Hier ist noch einer irgendwo. Wo ist der? Ist der da oben? Da hinten kommt noch einer. Ich habe aber nichts zum Bauen, Digga. Das ist mühs. Jetzt fiel dich. Da sind Wände. Ich habe Wände. Ich habe Dings. Ich habe Schillis. Leute, ich habe gerade so veräumt die ganze Zeit. Aber da war noch irgendwo einer. Ich habe noch irgendwo einen gehört. Du hörst das nicht, ne? Nies, nies, nies. Da hinten läuft der. Oh, hier. Hier sind zwei, denke ich. Ne, nies. Aber hier ist noch eine. Ey, ich treibe ab, helf mir. Ich stelle hier einen. Charlie, ich treibe ab. Hier ist der Gegner. Boah, 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 boah. Was ist hier? Muss hier einer? Da krieg ich noch wieder Praxen. Wo sind die? Das ist irgendwo über mir. Leute, wir machen uns hier so einen Trickshot. Hä? Ach ja, jetzt. Ich bin jetzt von hier auf die Platte. Und von die Platte hier oben drauf. Und dann Leiste drehen. Wir haben gerade feuchert. Wettel, Digga, wettel. Was soll das denn, Digga? Übel zu geben auf jeden Fall. Übel fett. Boah, warte. Jetzt noch hier den noch. Was brauchen wir? Schnell zwei Schillis geben. Leute, vier Kills schon. Max Silva heute fünf Kills. Wenn du noch im Pool fünf Kills hast, ist es auf jeden Fall Heavy Metal. Ja klar. So Leute, da sind wieder Gegner. Boah. Der schießt auch nicht, oder? Nein. So Leute, jetzt auf jeden Fall nicht mein Gaming Kanal abzuchecken. Da kommt bald was online. Also täglich denke ich. Boah, der kommt auch nicht. Aber jetzt momentan noch nicht, weil... Oh mein Gott, mein End ist richtig choked. Egal, wir pushen den. Ich sehe aber auch nichts von hier hinten. So, müssen wir nachladen. Dude, der wird jetzt gepusht. Wie der sich immer nur kurz zeigt, Alter. Ja man, so muss das. Dude, den haben wir geholt. So, aber da war hinten noch irgendwo einer. Oh, der ist eine blaue MP. Hast du denn ein Jagdgewehr? Ja, habt ihr das. Da kommt der Boah, der andere kommt. Wo ist der? Freunde, Baufight hier. Ja man. Ciao, Digger. Du epischer Kommt. Der kommt auf jeden Fall. Das ist ne geile Runde, man. Auf jeden. Leute, und wie gesagt, checkt meinen Gaming Kanal ab. Da kommt halt viel mehr. Nicht nur aus dem Poolzeug. Und da kommen auch vernünftige Gameplays. Aber wie gesagt, ich muss warten. Damit mein Internet besser ist. Und dann zocken wir mit Charlie auch. Wir werden dann ein paar Livestreams machen, oder? Auf jeden Fall, man. Livestreams, I love that. Ich wollte unbedingt mal mit Livestream anfangen. Okay, aber dafür brauchen wir erst ne stabile Leitung. So Leute, es gibt noch 13 Leute. Sechs Kills sind da. Dann suchen wir mal die anderen. Rabauken. Und dann, Stefan. So easy, easy, easy. So easy, easy, easy. Boah, das wird ganz schön mindig, Alter. Ich bin's gut. Auf jeden Fall. Ich bin's gut. Und da haben wir schon. Jetzt bin ich's gut. Ich bin's 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 gut. Oh Freunde, Max hat Hits kassiert. Ich komm hier nicht klar, ich drifte ab. Push den, push den. Jetzt push, push, push. Oh mein Gott. Freunde, das ist knapp, das ist knapp. Max, Max. Freunde, 18 HP. Nimm Schottie, nimm Schottie. Oh, der ist wirklich gesprungen. Wo ist der? Wo ist den? Nein. Ja, Mann. Ich muss Max ganz schnell, du bist hier, du bist hier. Moin. Das lief aber, Digga. Geh da hin, geh da hin. Die Zone kommt gleich und ich brauche Leben, unbedingt live. Nein, nein, nein. Leute, da müssen wir kurz eine Flucht machen. Oh, eklig, Digga. Oh, ein Hit, Digga, du bist weg. Ein Hit, der ist weg. Freunde, Freunde, das ist richtig spannend gerade. Nein, Digga, ich brauche live, Digga, aber ich kriege live. Hey, frag mal eins live. Oh mein Gott, Digga, du warst nicht so schlecht, Digga. Da oben liegt live. Da, da ist doch! Aber die Zone, er geht auch klar. Leute, das ist ein ganz schön knappes Ding. Ich habe gar kein Material mehr, Digga. Ich hätte mich eingebaut. Oh, oh. Sag das nicht, Digga. Da hinten links ist der, ich habe den gesehen. Da kommen zwei, Digga, das sind das zwei Stück. Da oben, da oben sind die. Ich sehe den. Wo ist der? Der geht hinten raus, glaube ich. Da oben ist der. Das sind zwei, Digga. Digga, das sind zwei. Fuck! Die spielen zu zweit. Das ist ein Solo-Game, Digga. Was für Racken, die spielen zu zweit. Ja, Mann. Du meldet die, Micro meldet die. Freunde, schaut euch das an, Digga. Die zocken extra, die zocken zu zweit. Oder hast du auf du? Nein, Digga, ich habe Solo. Du, Digga, hättest niemals geschafft. Fuck, Mann, geh mal ins Menü. Du, Mann, Alter, das hat ja gar keinen Spaß gemacht. Aber heftig, Max. Sieben Kills im Pool ist auf jeden Fall krass. Ja, aber... Das ist richtig scheiße. Freunde, lasst auf jeden Fall dafür ein Like. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Abkühlung bei 34 Grad. Oder siebten. 37 Grad hatten wir heute, ne? 37 Grad, Digga. Leute, das ist auf jeden Fall zu warm. Das ist auf jeden Fall eine nice Abkühlung. Checkt den Gaden-Kanal ab. Checkt Charlies Kanal ab. Da ist jetzt zeitgleich das Video online gekommen. Mal sehen, ob der mehr Kills macht. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace, ne? Tschüss.